Der Film über Kurt Riedel Er singt deutsches, italienisches, französisches und russisches Fach auf Knopfdruck. Ich habe wochenlang, wie er das zu Hause gelernt hat und immer diese wunderschöne, traurige Musik gespielt hat und mir das dann alles erklärt hat, weil ich war am Anfang nicht so eine Wagnerianerin und bin jetzt eine fanatische Wagnerianerin durch ihn geworden, habe ich gemeint. Ich war trist. Ja, Nebenhöhle, Nebenhöhle zu. Was tut mir? Mit großen Augen singen. Zur Privatfeier. Dieser hat seine Managerin und Ehefrau Christiane organisiert und dazu die besten Freunde geladen. Der Beruf verlangt mehr Entbehrungen als man denkt. Man sieht die Abende wie diese, man sieht Applaus, man sieht nicht, was dahinter steckt. Und sechs Stunden später sollte er schon wieder im Flugzeug sitzen. Je mehr Einblick ich in seine Termine erhalte, desto unfassbarer wird mir dieser Mann. Das wollte ich haben, also ab hier jetzt, ab hier zum Haus ist es fertig. Vielleicht tue ich da, aber brauche ich eigentlich nicht. Superstars werden normalerweise von einer Limousine abgeholt. Kammersänger Riedel ist jedoch fast ausnahmslos mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Nur mir zuliebe fährt er heute mit dem Mietwagen zur Probebühne. Also mehr singen und arbeiten als dieser Mann kann man gar nicht. Und er hatte nur ein Ziel vor Augen. Wagners Lohengrin in Amsterdam. Er hat mich abgehängt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020